Hallöchen, willkommen zur kleinen Umfrage. Wie schon angekündigt, haben wir jetzt eine Umfrage gemacht zum zweiten 500-Abo-Special. Hier könnt ihr wählen. Ich packe die Linkadresse ganz oben in die Beschreibung, sodass ihr dort auswählen könnt. Einmal White Day. Das ist ein Horrorspiel, was in Deutschland verboten wurde, beziehungsweise nie rausgekommen ist, weil es so heavy ist. Es wurde von Japanern gemacht und Japaner und Horrorspiele, ähm, ja ich sag's mal so, die Japaner haben nur kranke Scheiße im Kopf, wenn's um Horrorspiele geht. Auf jeden Fall gibt's eine gemoldete Version, wo man die, äh, Schwierigkeit einstellen kann und wie gruselig es werden soll. Und wenn ihr das auswählt, werd ich's natürlich ganz gruselig spielen und das circa um zwei bis drei Uhr morgens, damit die Atmosphäre am besten ist. Ich werd' davor noch Monster trinken, damit mein Herz noch ganz schnell pocht. Als wenn ich so Drogen nehme. Äh, ähm, wär irgendwie gemein, wenn ihr mich das machen lasst, denn ich hab echt Schiss vor dem Spiel. Ich hab mir das erste Setz Play angeguckt, da ist nichts passiert, aber ich bin schon allein von der Atmosphäre, fast gestorben. Auf jeden Fall, eine Stimme gibt's und für White Day. Die zweite Auswahlmöglichkeit, die ihr haben könnt, ist einmal die Roomtour. Einige haben in den Kommentaren vorgeschlagen, dass sie meine Roomtour sehen wollen, natürlich. Ich bin nicht so der Fan davon. Ich hab's mir bei anderen angeschaut. Ja, aber selber machen, ja, ich bin nicht so heiß drauf, aber wenn ihr's wollt. Und die dritte Auswahlmöglichkeit wäre nochmal ein FAQ. Oh, ja, heißt wieder zwölf Stunden arbeiten, das sei denn, der Prozessor spielt diesmal mit. Aber für dieses Mal bin ich ein bisschen schlauer und speichert zwischendurch mal, damit der Prozessor nicht ganz hart im Abkacken ist. Dark Amtasia, ja, wenn man so viel schneidet, dass es nicht so gut verarbeiten kann und dann gibt's ja ganz viele Probleme. Aber wie gesagt, euch darf das egal sein. Es ist eure Entscheidung, was ihr wollt. Also was ich persönlich am liebsten machen würde, wäre White Day, aber auch irgendwie nicht, weil das Spiel wirklich super gut ist und total gruselig und so. Da ist eine japanische Schule und japanische Schulen sind immer so irgendwie cool und gemeint zugleich. Und dann kommen so ganz viele böse Viecher, die uns umbringen wollen und so. Und dann wäre das als 500-Abo-Special. Das spiele ich dann noch ein Stück durch, wenn ich es schaffen sollte, was ich eher bezweifle. Aber nun gut, ihr entscheidet. Link ganz oben in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Ideen bzw. Abstimmungen, was ihr haben wollt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.